Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Battle Counter-Strike Global Offensive im Wettkampfmodus hier bei Because Gaming is Fun Noch immer mit mir und Christopher, äh ne Christoph, Entschuldigung Hallo Christoph Hi, guten Abend Ich bin einfach nicht genug kriegen, was? Ne, das ist jetzt unsere vierte Runde heute und wir suchen mal wieder nach dem Spiel Ja, nach der letzten sehr sehr kurzen Runde dachte ich mal komm, machen wir noch auf jeden Fall eine hinterher Ja, das war ja letzte Runde, aber auch wirklich nur eine Troll-Runde, ey Ja, hab ich nur scheiße gebaut, die Gegner In der Aufwärmphase hat es schon genervt und danach, boah, ich hasse es Das wären ja mal weniger Leute, die suchen, nur noch 560 Bei mir steht suchende Spieler 5278 Bei mir steht da 568 Als weiter erwartete Wartezeit, dann kommt Spieler online, dann suchende Spieler Da steht bei mir 5619 gerade Ja, bei mir 616 jetzt Geil Okay, los, Rainer Was für eine Map erwartet uns dieses Mal? Wahrscheinlich, weil du gerankt bist Vielleicht, deswegen Weiß ich nicht Oh, wieder Workout Yay Die absolute T-Map Und wir werden CT spielen dürfen, glaubt mal Ja, bei unserem Glück Ne, T Ja So, P90 hat letztes Mal gut geklappt Versuchen wir es erneut, wa? AWP, Junge Glaubt mir, wir spielen mit den gleichen Leuten wie eben gerade Ne, ne? Nein, weiß ich nicht Ey, bei dem einen Bot, 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 Bot Ja, bei dem... Sascha, was ist da los? Ach, das ist doch... Sascha, was ist da los? Das sind doch alles nur Bots, ey Aber ich hab da gerade eine Errungenschaft für bekommen Ich glaube, ich hab ein, äh, zwei Leute mit einer Kugel gekillt Ernsthaft? Oh, ja Ich wusste gar nicht, dass man was kann Ja, bei einer AWP schon Die hauen durch Ja, gut, ey Gut, wir haben einen AWP-Nutzer, der was kann, sagst du? Was? Ne, keine Ahnung Obwohl es ja eben gerade mit einer AWP weggesch... Ja, ich stand auf Pastrick voll Das war keine Glanzleistung, sagen wir es mal so Ach ja, so, sind alle da? Nein, die haben immer noch ein Bot Ja, doch, einer mit AWP ist schon jetzt nicht ganz der schlechteste, würde ich sagen Noch da? Ja, ja Konzentrieren, Junge Ah, der Meister der AWP ist jetzt wieder ein Verwitz Okay, ich bin down Zeine konzentriert Ja Wow Okay Komm, 5-1 in der Aufwärmphase, nur mit AWP Das geht durch Da hab ich schon in der Aufwärmphase kein Geld mehr für eine P9, äh, für eine Kevlar, ey Super Oh, wo kommst du denn her? Fuck 26 Damage hab ich da reingedrückt Das ist aber schlecht Stopp hacking Hacker, hacker, hacker Pollmeister? Ja Warum bin ich zu orange? Ja, sicher Drück dir mir noch einen rein Ja Ja Du machst mir Angst Ja, das ist vom Thema, dass ich gerade minimal schwul angehört, Entschuldigung Minimal, aber nur minimal Okay, so, wie ist die Aufteilung? Let's fest Let's go, let's go Geht denn wohin hier? Alle gehen dahin, wo sie wollen, glaube ich Alle gehen zu Sport, alle Und noch weiter aus Warte, warte, warte Warum geht denn keiner nach links? Wollt ihr mich verarschen? Da läuft keiner Und der Kid-Zone ist auch keiner Da, Kid-Zone Fuck Einer ganz links außen Ja, und mich sperrt Oh Nein, links neben dir, Junge What the fuck Ich wollte gerade sagen, was war denn da jetzt gerade los? Äh Wohin, Meister, wo rennst du? Längs Rechts, rechts Da Ist richtig Alter, was macht ihr denn da? Okay, jetzt macht der großen Kappes Hallo? Hat dir was am Auge oder hat er gerade mehrere Headshots gegeben? Was war das? Oh Das war scheiße 2200 Ja, nächste Sparwunde, sag ich mal, war So Okay, wir haben richtig scheiße ab Ich glaube, das Team, glaube ich Und irgendwie, glaube ich, die gehören alle zusammen da Die anderen Nee Guck mal, der eine hat R U, der andere hat N A Aber ich weiß nicht, die haben alle Tussen-Bilder Das hat fast jeder Da war ne Flash Ja Oh Gott, hab ich die Flash gefritten Ja, genau Ja, wir sterben, grad die Fliegen Der eine schmeißt die Fl- Ja, dat ist super optimal, würde ich mal behaupten Was hab ich gerade gesagt? T-Map? Ja 4100 Ey, ich kann mir immer noch nichts kaufen Ah, U und P muss Du hast gar nicht gesagt, du kannst nichts kaufen Ich hatte 4100 Ja Das waren deine Worte Ich meine Ich behalte mir eigentlich immer gerne ein kleines Polster Damit ich mir auf jeden Fall nächste Runde auf wieder was kaufen kann Aber jetzt hab ich das Polster halt weggegeben Der Sportteil ist gefährlich immer ne? Das ist ... Boah Alter, wo kam denn die Flash her? Alter, wo kommen denn die Slashs her? Da hat Elrin noch den größten Äh, zwei ganz links außen Ich bin schon tot Achso Ey, wie kann ich dem denn nur 17 Schaden gemacht haben? Wie hart kriegen wir denn aufs Maul? Ich wollte auf jeden Fall mal die Runde holen Auf den Geisel hinzukommen Er versteckt dich in deinem Gebüsch, da sieht dich keiner, ne? Und du auch nix Da kommen sie Rechts Oh, 3750 Ich kann mir ja noch weniger kaufen als die letzte Runde Was soll denn der Bullshit? 4100 hatte ich UMP, Aua Okay, die Runde läuft deutlich schlechter als die letzte Ich weiß auch nicht, wo ich mich hier hinstellen soll, wa? Ganz links kann ich nicht Das ist einer von dich Ne, durch die Sporthalle, da kommt jemand mit AWP und dann bist du direkt weg Das ist... Muss aufpassen, direkt nach rechts laufen Nach links meinst du wohl Da ist jemand mit AWP, ne? Ja, ich weiß Nicht getroffen, ey, das war so schlecht geschossen von mir Was willst du jetzt machen? AWP gegen UMP, ne? Machste nix mehr Die rennen ja schon wieder zum Spawnen Gut, die beiden kennen sich auf jeden Fall Aber trotzdem, was soll denn so'n Scheiß? Diesmal spielt ihr gegen drei und nicht gegen einen Warum wirft ihr eine Feuer da rein? Und vielleicht dachte er, die kommen da rum? Die kommen bestimmt von hinten Darf, ja Ja Nicht dein Ernst Boah Das muss ich mal kurz sagen Aber Strein Der hat die Geisel nicht mehr weggebracht Keine Zeit mehr gehabt dafür? Eigentlich hatte er mehr als genug Zeit dafür, aber er hat's nicht gemacht Ey, ich muss schon wieder eine Spahrrunde einlegen Ja, ich auch Und der eine holt sich nah an wie viel Ja, geil Ja, sauber Ich geh mal nicht daher, das ist Mist Ich camp mich jetzt bis zu der einen Geisel hin und fertig ist Geisel ist diesmal nicht hier What the fuck? Doch, hier Boah, die sind alle in dem Gang Alle in dem Gang? Ja Links in dem Gang von den Geiseln Da kommen sie alle gerade Pass auf Ach komm Ja, natürlich 119 Schaden mit zwei Treffen bei der P90 Ja, genau Wieder zum Spawn Oh, ey Zum Haare raufen Diese Runde 4-1 Das wird ja immer mehr, ey Die haben aber auch einen Kackspielstil, ey Ja, erstes Ahne Genau, bleib du am besten da stehen, dass die einfach in die Zone reinlaufen Ja, was erwartet der, ey Und zwei Geiseln rein, ey Gescheit befreit Ich glaube, Algrim ist der einzige Gute noch Neben uns Ja, du 0-5 Ja, sicher Ja, ich auch Wie gesagt, die letzte Runde war deutlich besser Scheiße Ich weiß auch nicht, wo ich hier hin soll, wa Eigentlich kann man hier nur mit Distanzwaffen arbeiten Na, nicht Die Distanzwaffen sind teuer Ah, die kommen wieder durch den Gang, die kommen wieder durch den Gang Ach, warum renne ich auch immer in diesen Gang rein? Warte! Wo kam das denn her? Das weiß ich nicht, ich hab's nicht gesehen Ja, und Du bist Bollmeister jetzt schon tot, ey Komm, Algrim, du machst das Ach, es sind nur noch vier P90 P90 Power Einer hat er weg Algrim, die einfach nur krass drüchst Digga, das ist doch so abnormal, wie sie mit der P90 spielen Ja, sicher! P90 Power What the fuck? Das ist ja wohl Scherz! Nein, nein What the fuck, dude? Nice one Hahaha Hahaha Who's the P90 Monster? Hahaha P90 Monster Alter, wie hat er das denn? Ali jetzt P90? Oder Krasser Scheiß, ey Sag ich doch P90, ey, das ist Oh fuck Ja P90 einfach draufhalten und etwas runterziehen Ich glaube, da kommt keiner mehr Haben wir noch Ah, ist ja extra eine AWP gekauft Ja Ne, das ist eine SSG Achso, die Billigvariante Ja Ist ja nicht eine AWP Hahaha Ne, ich bleib bei der P90 Also Ja, ich spare jetzt in diesen Runden ein bisschen Geld Alter, ich hab immer noch keinen Kill Das ist ja wohl ein schlechter Witz, ey Come on, come on, let's go Er hat fast überlebt, ne? Ist auch fast Trotzdem Boah Wie schlecht Ich hab null Punkte Vorsichtig, ich bin Du weißt mal, schreien wir in den Flash rein, ne? Ja, Flash Du komm Oh, da Alter, ich spiel hier alle nur noch mit Nein, 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 kein Mutti mehr Egal, es sind alle weg, es sind alle weg Da kommen jetzt unsere um die Ecke Ich weiß Ja, vor ein paar Runden noch hast du dann auch trotzdem um die Ecke geschossen Vor ein paar Runden Kann man da oben rauf? Ist das eine bessere Waffe? What the fuck Seriously? In dem falschen Moment kommen die um die Ecke, ne? Ey, guck dir mal den Berg Gryllis an Hängt da drin fest Bist du ja mich verarscht? Ist er da reingeleckt oder was? Nein, der ist mit dem Kumpel da über die Wand rüber gesprungen Was? Der ist auf die Schultern vom Kumpel gesprungen und dann über die Kante rüber Ah, nein Und jetzt kommt er da nicht mehr raus Er ist gestorben Was ist das denn? Ja genau, Bollmeister Jawohl Alter Ist ja 4-8, ey 4-8, ich hab 0-7 Ich weiß Ich bin voll abseits von euch, ne, es ist unfassbar Voller Außenseiter Voller Außenseiter Voller Außenseiter Ey, das ist doch nicht möglich Boah, ich hab meine Kompetenz für heute schon lange aufgebraucht Einer kommt von links außen Achso, du bist, ne, du bist es noch Da Genau Der müsste noch in dem Gang sein Also vorsichtig, ich bin schon um die Ecken stehen Ne, das ist schon bei der Geisel Hey, diesmal nicht nachladen Die Situation kenn ich Der ist, ja, äh, ne Achso, ist schon Boah Warte, der Fatsache, der hat schon ne Geisel geholt What the fuck, wann ist das denn passiert? Aber Wohlmeister macht sie alle weg Rechts, 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 rechts Er konnte durch den Smog kommen Da, da, da Christoph Ja Heiß Da ist noch einer Ich weiß, aber ich hab keine Mutti mehr, Kollege Nein Äh, äh, ja, nein Ja, genau, genau Schieß Einfach einhalten Einhalten Lass auf Jawohl Ahaha Ahaha You are learning You are learning I have a good teacher I have a good teacher Nice, ey Oh, nur ich reiß nichts, ey Vom vierten auf den zweiten, ey Ach, ey, diese P90 ist ja für die Beste, ne Hat jetzt jeder P90 eigentlich? Hallo Ja, erster Kill heute Hä, hä? Äh, hinterm Auto, hinterm Auto Oh, du holst ihn Wo? Mit dem anderen Auto Boah, ey, ey Ja, zwei gegen einen Okay, alleine gegen zwei Ja, welche? Obere Ja Der geht da nicht her Geh rechts, Kollege Der geht da nicht her Ja Rechts rum, rechts rum Der Pflanzenkeller Ey, wir sind in Führung gegangen Ich glaub so Oh, so einen geilen Skin für die P90 hatt ich ja auch gerne, wa? Vor allem mit Stud-Track Stud-Track wär richtig fett Rechts glaub ich war der, oder? Keine Ahnung Ja Nice Sehr schön P90 Power Alter, abgesehen von Bullmeister haben echt alle P90 Hahahaha Der hat sich auch noch eine P90 geholt Ja, voll Ja, ey, komm, die ist ja voll übertrieben Ja, die P90 ist echt OP Okay Sensen wir jetzt einfach alle rein, oder? Ungefähr Ja Die sind rechts rum wahrscheinlich im Gang Ja, genau da will ich gerade hinkommen Ne, hier ist keiner Meine Geisel wird befreit Ja, welche, welche, welche? Ich hab keine Ahnung, soweit es reicht meine Minimap nicht Du kannst ja, wenn du auf Tab drückst, dann siehst du es Ah, Tatsache Äh, die obere wurde befreit Ja Okay, da ist ne AWP Ah ne Ah, jetzt ist es weg Uncool 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 Uncool, Junge P90 Power Alter, das ist nicht feierlich, wie schlecht ich bin, wa? 1-9 Ja, ich war vorher noch schlechter, also Ich mach nichts draus Äh, äh Boah Da krieg ich einfach nur das Gotzen Pfff Ah Ouh, das vermisst Schaden, hier macht er dich Ach komm Christoph Aber dafür hab ich mega viel Schaden genommen, also Warte, war ich was für nachgeladen Wo? Von rechts, rechts stand einer hinterm Rauch Da ist der Predator-Mobilesherr Dann warte ich doch ab Oh, oh, oh Im Gang kommen zwei Ist ich im Gang? Ja Ja, geh da her Blau ist da noch Careful, die kommen gleich um die Ecke kommen Ach ne, die Geisel Ach ne, die Geisel Dann sind die wahrscheinlich Dann sind die wahrscheinlich, ähm Verstehe ich Ja, das geht Nice Weißt du, der andere ist so weit weggegangen von der Geisel? Ich weiß es nicht Ah, blau macht ihn glaube ich gerade Wo ist er, wo ist er, Wanne? In der Kid-Zone Ui! Oh, ich werde meinen Kollegen nicht anschießen Das ist ja wohl ein Witz NEIN! What the fuck? What the hell? Das war aber knapp, Alter Das war richtig nubig vor allem Ja, wie du beschossen hast beim ersten Mal das Ja Pro fördert hast du? Hast keine Ahnung, wie viele Kills mit der P90 gemacht? Keine Ahnung Keine Ahnung Zwar 100 stand da, aber Kann ich mir eben nicht vorstellen Habe ich in der letzten Runde drei Kills gemacht? Ja, die kommen da bestimmt wieder raus Ich geh da nicht nochmal rein Ja Wo denn? Wo denn? Da, ganz links Nice Hat er ihn? Hat er Die sind wahrscheinlich wieder durch den Gang, ey Eine Geisel wird befreit Ja Oben steht einer, oben an der Treppe Die obere Geisel ist befreit Ja, kacke Ja, mit AWP machst du nix Ne, das war ne SSG Ne SS, ja, fast Silber Denkst du, die kommen hier? Lang? Ich, ne Glaube nicht Sicher? Weis ich nicht Keine Ahnung Keine Schritte Ne, ne Geh aus rum Da hinten ist noch einer von uns, ja Ja, ihr seid zu dritt Und die sind zu dritt Das schafft er wohl Jetzt sinds nur noch zu zweit Aber der eine ist mega angeschlagen Wo denn? Was denn? Ja, ja, alles gut, alles gut Achso, der hat mich angeschossen Rechts, rechts, rechts Hier ist Wind Der hatte mich angeschossen Darum war ich mega verwirrt gerade Ah, so langsam läufts ja 5,9 nur noch Ich bin seit keine Ahnung, wie viele Runden nicht mehr gestorben 12,11 12,11 Ja, nice Zumindest plus, wa? Richtig Wohin wat Let's go Let's go Ah, das Schlimme ist, gleich wechseln wir die Seite Ja, scheiße, stimmt Ich hätte mehr ausgeben sollen Stimmt Egal Fuck, ich hab 13.600 Ich hab 8.350, also auch nicht so geil Egal 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 Kacke, 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 kacke Im Gang ist auf jeden Fall einer Geisel wird befreit Obere Ja, rechts Rechts Oh ja, sicher Gib doch mit einer AWP rein Keine Chance Fuck Ja Ah ne, warte mal, jetzt ist letzte Runde Ja Jetzt können wir nochmal voll auskaufen Stimmt Ja, äh, was Ja, nehm ich auf jeden Fall mal ne Distanzwaffe P90, gern, Junge Du bleibst dem Ding treu, ne? Ja, und noch ne gescheite Pistole dazu Ja, warum auch nicht Bei 50 Schuss im Magazin brauchen wir auf jeden Fall Du, eben grad hattest du gesehen, dass das knapp war Ja, weil du irgendwo hingeschossen hast, Kollege Pst Das soll keiner wissen, wa? Oh scheiße Im Gang ist keiner Ich weiß, wie wo die hergehen Alter, wo sind die? Äh, weiß ich nicht Wurde gerade weggeschneckt, aber ich weiß nicht von wo Okay, der ist weg Der Geisel wird befreit Ja Die Beine Ne, quatsch, die obere Da, 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 ganz rechts Eis Eis Was ist doch, Alter, wann los weiß ich ja, ey Eis 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 Da, 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 da Da, da, da Da, da, da Da, 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 da Da, 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 da durch die Basketballhalle. Ich glaube auch. Meins ganz links, ne? Ganz ganz links, ja. Klingt glaube ich gut. Damit rechnet keiner, ne? Die ist so weit weg. Das musste eigentlich mal ein bisschen Überraschung sorgen. Okay, die anderen drei Rennen waren das längs. Ach ne, die ist noch, ne. Doch da, ja. Scheiße. Da ist einer. Einer oder zwei? Weiß ich nicht. Einer. What? Are you fucking kidding me? Zwei Header drückt immer direkt hintereinander rein. Da, 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 genau. Nein, keine Muni. Ja, nice. Und jetzt Geisel holen, da. Ja, ja. Musst nur mal gucken. Du bist allein gegen zwei. Ja, ich gehe durch die Sporthalle, ne? Äh, ja. Hier einfach. Wir könnten von links gleich kommen. Ach, mit dem Messer ist man gar nicht schneller. Musst du mischen? Ja. Gut. Ich glaube schon. Uiuiuiuiuiui. Die werden am Spawn auf dich warten. Ach, sag nicht. Ach, sag nicht. Ich würde vielleicht schleichen, sonst wissen sie sofort, wo du bist. Da, da. Nein, schade. 83 Damage hab ich nur reingedrückt, aber. Ja. Oh shit. Äh, P90 Bauer, ne? Echt? Kannst du dir das schon leisten? Ja, hab ich noch 50. Mit Kevlar? Mit Kevlar, ja. Alter. Ähm, ja, ich hab die Geisel befreit. Jetzt hab ich meine Pistole weggeworfen. Sehr krass. Ich auch. Egal. Ja, wir rennen alle vorn durch, oder? Einmal rushen. Oh, das wird so schief gehen. Jo. Ja, ist ja ordentlich gefressen, wa? Geht. Push ihn, push ihn, push ihn. Oh, was war das? Alter! 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 Hier ist Feuer, ich komm nicht vorbei jetzt. Ey, mein Kollege hat mich gekillt. Kollateralschaden. Ich hab ne P90! Scheiße. Was hat denn? Alter. Du warst nicht würdig, sie zu benutzen. Und Ballmeister ist der größte Affe, ey. Ja, guck dir noch die Waffe an, ist so schön, ne? Macht der jetzt saven, oder was macht der jetzt? Nö. Oh shit. Sehr gut. Ja, das ist alles andere als optimal, wie es gerade läuft. Ne, das war Mist. Jetzt muss ich ne Sparrunde machen. 94! Ich rush einfach mal vorn durch die Kid-Zone. Oder durch den Gang. Wenn du mitkommst, gehen wir durch den Gang. 94, das wär schon nice. Ja, ich geh durch den Gang, aber das ist bestimmt ein AWP. Ja, muss nicht sein, unbedingt. Ne Blendgranate wärs natürlich nice gewesen, hab ich jetzt vergessen. Lass mich jetzt gucken, wer ist die beste Waffe. Da ist einer. Ja, einer ist da. Wollt ihr den pushen, oder was? Ich push den weg. Der steht im Lecker. Der steht im Lecker. Pst. Aber hab ne Geisel. Ich hab ne Geisel. Ja, ich auch. Achso, du bist vor mir. Scheiße. Fuck. Nein! Scheiße. Nein! Ach komm! Lauf doch nicht, Alter, rein ey! Der kommt bestimmt nicht. Der kommt bestimmt nicht. Ach nö ey. Wie wir da liegen einfach nur. Ja, stopp. Du hast keine Zeit, jetzt außen rumzulaufen. Ja, renn rein und beweg dich schnell. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Das war ne Geisel mit Rush. Ne, ne Geisel ist... P90. P90? Alle haltet. Jawohl! Ja, nice. Alter Schip. Boah, das war knapp. Wie viel Geld hab ich, äh... 6.215? Noch für ne P90. Das ist die Antwort. Äh, AUG manchmal. What? Ich glaub, Gang ist das besser. Ja, ich fahr jetzt. Ja gut, klar. Dann darfst du doch vorgehen. Ja. Wo du eigentlich stürmen müsstest mit der P90. Alter, Alter, ich hab grad... Was? Necks gehabt. Leck oder was? Ja, aber übelst. Wir kommen alle zum Gang mit. Ja, ist nice. Wenn wir alle pushen, ist das gut. Ich seh keinen. Im Gang ist keiner. Doch, einer ist hinten. Hast du den schon geklitten? Ne, ne. Hab ich nicht. Scheiße. Voll reingelotzt. Nein! Ah, einer bei der unteren Geisel. Haben sie die Geisel? Ja. Aber einer ist unten im Raum drin. Rechts in der Ecke. Weiß. Ah ne, ist down. Ne, ne! Ah, Christoph. Ist down, hast du gesagt. Ja. Ja, ist down. Ja, wohl nicht. Pst, pst, pst. Hat keiner gehört, dass ich sowas gesagt habe. Ja, ist down, drehe ich wohl klack tot. Ist überhaupt noch einer da? Warte, ihr zwei jetzt? Lass wir der Geisel retten und so? Ja, machen sie doch. Aber sie gucken mir was. Ja, vielleicht gar nicht so dumm. Denn diese Wagen sind sehr hinterlistig. Ah! Jawohl. Jetzt rushe, 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 rushe. Schafft er nicht mehr. Doch, schafft er noch. Schafft er noch. Schafft er noch. Jawohl. Noch mal 1000 extra. Boah, geil. Dann kam auch die richtige Ska. 20. Keiner bleibt der P90 treu. Doch, klar. Elgrim. Ja. Das P90 Monster. Jetzt geht keiner mehr durch den... Doch, du gehst auch durch den Gang, ne? Lass dich doch nicht reinfallen. Da ist einer. Ja, ich weiß. Der hat mir schon einen reingedrückt. Ja sicher! Da sind ein paar mehr, Leute. Nice! Hinter dir! Kacke. Ja, P250. Ja, ganz klar. Äh, was macht er da? Ah, ok. Ich stell den Typen einfach nicht mehr in Frage, der ist so gut. LeBerg Grills, meinst du? Ja. Der hat 20. 20. 12. Das ist ne Ordnung. 716. Das ist überhaupt... Warte mal, und jetzt nehm ich mal ne Flash mit. Die werfe ich gleich da um die Ecke. Ja. Klug Idee. Gehe. 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 Auf die Gang. Habe ich noch... Ne, kommt nicht mit. Alles klar. Dann läuft nicht zu schnell. Ich muss ja gleich erstmal um die Ecke werfen, ne? Ja, aber dring ich hier schon um die Ecke, oder? Doch. Warte. Werfe. Flaschbein. Ok, da steht keiner. Jo. Jo. Warum wirfst du den... Wo wirft der Typ Feuer hin? What the fuck? Ich seh keinen. Auch. Das ist komisch. Wo denn? Ich weiß nicht. BAM! Kacke. Das ist mega Schwein, dass ich's schon angekratzt hab. Ey. Pst. Der hat nur 5 Leben gehabt. Ach, das ist ja blöd. Vorsicht, ne? Nicht viel gerade. Ich renne ja um mein Leben. Das schaffst du. Ja. Ich war der letzte. Nein! Scheiße. Scheiße. Okay. Ja, gut. Passiert. Ey. Das sieht gut aus, Junge. Ich nehm wieder ne Flash mit. Auch wenn eben gerade keiner da stand. Jawohl! Ich bin nicht mehr auf dem letzten Platz! Let's go! Mit der Flash kann man genauso schnell laufen mit dem Messer, ne? Echt? Kann das sein? Weiß ich nicht. Vielleicht. Ja, ich hab nämlich auch einen dabei, deswegen. Okay. Grenade! Du wirfst die erste und ich wirf die zweite. Wirf die zweite. Deploying Flashbang. Warte! Vorsicht! Throwing Fire! Das Feuer war jetzt so geil. Ja, aber immerhin ist einer da. Oh! Du hast doch Schaden bekommen, oder? Ja, ganz, ganz wenig. Ja, klar. Egal. Du musst nachladen. What? Was denn? Machst du mit dem Weg frei? Warte, da war einer. Ich hab nicht gesehen, wo. Vorsicht, die werden bestimmt schon am Spawn warten. Obwohl, das ist nur noch einer. Ja. Wir sind zu dritt, das ist einer. Die Runde geht an uns. Vorsicht, der könnte direkt rechts sein. Und run, 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 run! Oh, ja! Jawohl! Oh, zwei Errungenschaften bekommen. Guter Hirte und gescheit befreit. Ey, warte, ich brauch wieder ne Flash. Ja. Ich hab auch wieder einen mitgenommen. Langsam läuft's mal. 11, 17. Und das konnte jetzt schon die letzte Runde sein, merk ich gerade. Ach, das wird die letzte Runde sein. Komm, wir sind ein super Team. Motivationsansprache. Warte. Was, Elgur, keine P90. Vorsicht, ich werfe auch eine. Okay. Da war einer. Da ist einer. 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 Da unten ist einer. Da hinten ist einer. Aber... Hier holt sich keiner. Wo war das? Ist der da unten noch? Weiß er nicht, weiß er nicht. Da ist einer. Nein! Um, um, um. Ja, aber unten auch einer. Unten auch einer. Oh Gott. Lauf, lauf einfach links. Oh Scheiße, ich bin der letzte. Sag das doch einer. Du gegen zwei andere. Vorsicht, der kann von hinten kommen, ne? Jaaaaa. Ich hab nur nur 7.30. Ich hab nur nur 7.30. Nimm die Waffe in die Hand, nimm die Waffe in die Hand. Ich glaub links war einer. Hergelaufen gerade. So, du ja. Nein! Sorry. Na, egal. Da ist jetzt die letzte Runde, ich hab so viel Kohle. So, Skaha, Blankgranate und Ausrüstung, Geiselrettungskit. Wer ist dabei? Ich bleib der P90 dabei. Mit der mach ich wenigstens Kills. Siehste, ich bin plötzlich schon mal 3 zu 18. Läuft zu langsam. So, durch die Kid-Zone. Was? Durch die Kid-Zone. Also in den Gang und dann so weiter und so weiter. Ich werf. Ja, ich auch. Habe ich aber nie mal gesehen. Ich seh keinen. Ja, danke. Die letzte war unnötig. Ja, das weiß ich auch nicht, wer das gemacht hat. Ich hab noch keinen gesehen. Das ist merkwürdig. Okay, Christoph, schütz mich mal vorne. Ich hab ne SKH, du bist bald. Jaaa. Okay, dann nicht. Warte. Ich bin direkt neben dir. Lass mich zuerst rein, du hast die Geise. Bisschen auf leichteres Ziel. Da ist einer, da ist einer von. Ja, die Runde wirds. Das ist verkacken, ne. BATZ! UUJA SHAKKA! GG BITCHERS! Läuft! Ich hab's! BITI! Ich hab's nicht der Fall drauf gemacht. Ich bin strahlend, aber nicht der Grund. Was ist das am Ende? Ich hab's nicht der Fall drauf gemacht. Ich hab's nicht der Fall drauf gemacht, aber das ist am Ende. Was willst du, Alter? Ich bin cheat! Ich bin cheat! Onge! Auf jeden Fall, die waren alle gerankt, und zwei waren sogar ein 3er gerankt. Das ist ... naja. Okay, Leute. Ich danke euch wieder viermal fürs Zusehen. War ein cooles Spiel. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschalten würdet zu Counter-Strike Global Offensive. Haut rein. Schönen Tag wünsche ich euch noch. Bis die Tage. Tschööö. Ciao.